So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Nox05, bin hier gerade in eine schön gediegene Runde Blacklist 3 Herrschaft auf Nuketown reingejoint. Ähm, die klassische, die ich spiele, seht ihr jetzt eingeblendet. Ähm, es ist die zweite Runde, die ich heute spiele. Ich denke, die wird ganz gediegen. Gerade eben die Runde war ein bisschen Abfuck, da hatten die Geist und, äh, also die Gegner Geist und Webs und alles mögliche am Start. Und das, ähm, hat ein bisschen, ja, sagen wir, ganz gediegen mal genervt. Äh, das war jetzt wieder Vor-Aim am Start. Fuck, der hat einen Sniper, der hat einen Sniper, der hat einen Sniper, der hat einen Sniper, der ist Sniper, der ist Sniper. So, wie gesagt, die zweite Runde, äh, ich bin erstmal drei vor... Äh, wie heißt das Ding? Die ist feindlich. Ich, äh, treffe nicht, okay. Äh, ich bin drei vor... Äh, Geist heißt das. Mal gucken, ob ich den jetzt noch bekomme. Ich bin mal ein bisschen defensiver, dann bekomme ich sie vielleicht noch. Alter, Alter, ich muss reigen, ich muss reigen, ich muss reigen. Nicht sterben, jetzt nicht sterben, bloß nicht sterben. Ich darf nicht B verlieren, Mann. Da hinter steht irgendwo einer. Komm schon. Alter, nicht sterben, Mann. Rack. Ich bin... anderthalb vor. Ja, die sind da überall, Mann. Ich versuche mal hier ein bisschen rauszufeuern. Ja, moin, der Hellstorm. Erstmal ab ins Haus. Okay. Bin safe vor der Hellstorm weggekommen. Okay, da sind zwei auf jeden Fall drin. So, ich bin kurz vor Geist. Den würde ich nämlich echt gern bekommen jetzt. Oh, Alter, zum Glück war das nur ein Colette. Sonst wäre ich gestorben jetzt. Und da vorne hat, glaube ich, einer Sense. Deswegen bleibe ich gerade mal kurz hier stehen. Okay, eine Drohne, scheiße. Ist um... Oh, schon wieder der Sniper von da hinten. Das gibt's nicht. Ach, kann's doch nicht sein. Ich werde ich jetzt hier nicht irgendwo weggeholt, Mann. Okay, die haben Vorräte. Bitte, dass keine Webs oder so drin seien. Oh! Alter! Ich hab einen angeschossen, der muss jetzt nur noch sterben. Yay! Geist rausgehauen. Ähm, ist mir gerade mal egal. Ich hau mal den Geist raus. Also, Leute, sorry, da waren gerade meine Eltern da. Ich warte noch mal kurz, dass der Geist noch eben zwei Kills macht. Dann hab ich nämlich Hater. An die Punkte kann ich geiern. Und da ist der Hater draußen. So. Und jetzt geh ich mal ein bisschen rein. Nicht deren Herz. Komm, geh ich rein. Naja, 10 zu 1 erstmal gespielt. Und natürlich bin ich gestorben. Naja, reingehen. Defensiv spielen ist immer besser. Als offensiv. Aber YOLO. Okay, da hinten ist einer. Alter, das war... Ich hab ihn überhaupt nicht gesehen, Mann. Ist ein richtiger Luckshot. Warum haut der jetzt eine Drohne raus, wenn wir einen Geist haben? Natürlich bin ich wieder geschorben. Ich mein, warum ja auch... Warum auch nicht? Ist ja nicht irgendwie so, als würde ich nochmal gerne irgendwie eine Drohne oder so erspielen. Bam. Headshot. Across the Map. Headshot. So, sorry. So, nochmal eben, dass da vorne gerade kein Turm war, weil da waren meine Eltern da. Und, ähm... Das Gespräch müsst ihr ja nicht unbedingt hören. Ist, denke ich, auch gar nicht so interessant für euch. Ich spiele jetzt nochmal eben defensiv. Ähm, damit ich nochmal irgendwas erspiele. Wenn ich die ganze Zeit weggeholt werde, wie jetzt. Ohrregen. So. Okay, Vorrätegeiern. Funktioniert leider nicht. Alter, können die mal aufhören mit der Schocklagung. Das fuckt ab. Und deren Stangranaten. Haben wir eigentlich keine Taktikmaske drin. Okay, ein bisschen raus auf B geht, denke ich, immer. Okay, erstmal... Gut, half schreiben, ne? Erstmal schön geht ihm eine Runde. 14,5. Das geht ganz klar. Ähm... Jo. Alles klar. Ergänze ich erstmal. Wer ist das? Fuhra... Alles klar, wie viele geja... Als ob ich nur... Okay. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass ich nur Väter bin. Ich dachte, ich bin eigentlich ein bisschen besser. Ich meine, ich habe einen Hater und einen Geist, der spielt. Finde ich jetzt ein bisschen... asozial, ne? Ach, ich leg mich hin. Komm, leg dich hin. Danke. Erstmal B gegönnt. Wir haben direkt schon wieder einen Geist. Das ist natürlich praktisch... Der hinten ist einer. Ja, der hat Sense. Ich gehe mal mit dem mit. Rein und patrouliere hier ein bisschen rum. Alter, ich habe mich erschrocken. Ich gönne mir A eben mit. Ah, nice. Energiekerniger. Jetzt haben wir aktive Mitspieler. Ich bin auf jeden Fall wieder 600 vor Geist. Der hat auch wahrscheinlich irgendwie... Der kann auch verkaufen gehen, sein PC. Auf jeden Fall auf Ebay für drei Euro. Da steht ja so rum, so... Äh... Keine Bewegung, kein Move. Man! Ah, 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 nicht sterben! Oh, ich lebe noch. Ich bin auf jeden Fall... mehr oder weniger fünf vor Geist. Das war knapp. Der hatte Knife. Warum denken die immer, dass sie B einnehmen können? Warum denken die immer, dass ich sterbe? Ich sterbe wirklich. Kann ich Vorräte geiern? Ich will Vorräte geiern. Kann ich? Bitte Vorräte geiern? Nein? Ich glaube, das ist ein Sein. Der kämpft dann nämlich. Berlin schon wieder B. Was soll das denn? Können wir aufhören? Nicht der an eins. Ah, drei vor Geist gestorben. Ey, schon wieder. Stirb doch. Ich gehe auch Ruhe ins Horn. Wo? Als ob... Ich wusste gar nicht, dass man davon sterben kann. Gut, wir werden dominiert. Alles klar. Ich gönne mir B. Ist mir egal jetzt. Ich gönne mir B. Ja, moin. Na, ich schreibe eben. Go B. Ausrufezeichen. Now. Aber ich bin Dritter. Yay, jetzt freue ich nicht. Alter! Gibt's nicht. Jetzt bin ich ja vorletzter, ey. Ich würde jetzt wirklich gerne B mit einnehmen. Warte, ich lebe noch. Ich habe B eingenommen. Nein, ich bin tot. Wie ich gerade die ganze Zeit Kills sammle, ey. Ist ja schlimm. Bisschen reinballern mit meinem Nicht-Aim. Fuck. Ah, das ist unser. Können wir irgendwie nochmal B einnehmen? Oder lieber nicht? Okay. Der kann auch auf jeden Fall verkaufen gehen. Nochmal. Gau. Bi. Nau. Nau. Kommt mit auf B, Leute. Mit auf B. Lieber nicht. Nein. Ich versuche mir mal die Vorräte zu geiern. Hat nicht so ganz funktioniert. War aber ein guter Plan. Dingo-Arsch. Steht irgendwo einer, der ein Gas steuert. Da steuert, da hinten. Nein. Scheiße. Es ist irgendwie lustig. Das ist nicht so lustig. Alter. Ich hasse es, wenn man da so rausfliegt. Durch das Ganze rumgejumpen. Das ist das Spiel hier, was ja des Öfteren hier vorkommt. Yay. Schwebeladung. Äh, nicht Schwebeladung. Sprengladung. Wo ist er? Im Haus drin. Wo ist er? Ah, die Leute können auch verkaufen gehen. Nein, warum habe ich nicht Reiniger gemacht? Ach, scheiß drauf. Ja, gut. Okay, fast eine 2er KD. Ähm. Ja. Bin ich zufrieden mit, tatsächlich. Okay, irgendwie gar nicht fast eine 2er KD, aber... Fangen wir noch 8 Punkte, 8 Kills dazu, aber... Egal, war ganz gut. Mit dem Reiniger, mit dem ich irgendwie nur 2 Kills oder so gemacht habe. Was habe ich denn hier eigentlich auf Sachen drauf? Gut gespielt. Yay. Verbeugung. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Und falls ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren und meine anderen Videos angucken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und damit... Warte. Warte. Moment. Moment noch. Tschüss.